Musik Schönen guten Tag meine Damen und Herren, heute nochmal zu einer unchristlicheren Zeit, da beide verkackt haben, letztes Wochenende ich, dieses Wochenende Jen, also haben wir gemeinsam in einer, äh, in Group Effort verschissen. Also, hallo zu dieser Folge zur alten Zeit, obwohl es die neue sein sollte, naja, Menschen sind nicht perfekt und machen immer mal Fehler. Ja, aber man kann ja nur aus seinen Fehlern lernen. Man kann nur aus seinen Fehlern lernen. Übrigens, Freude der Sonne, vielen Dank für euer ganzes Feedback auf jeglichen Kanälen zu diesem Podcast, das ist, äh, sehr schön und, äh, erheitert sehr. Ja, und, äh, ich lese das wirklich unfassbar gerne, was ihr da immer alle so schreibt, das ist sehr, sehr toll, also auch von euren Geschichten, die ihr so erzählt und, äh, wie euch gewisse Sachen gefallen, kritische Äußerungen dazu, ist einfach geil. Und es ist immer respektvoll und konstruktiv. Das finde ich auch mega. Ja. Props an euch. Props an die Zuschauerschaft. Props an euch. Zuhörerschaft, muss man ja sagen. Aber eine Sache muss ich trotzdem nochmal loswerden. Was ist denn hier mit der Bewertung eigentlich? Das hinkt ein bisschen, Freunde der Sonne. Also, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nochmal vielleicht euch zwei, drei Minuten Zeit nehmen könntet und diesen Podcast bewerten könnt. Das wäre wirklich schön. Das wäre unglaublich. Das wäre prima. Ich kriege also von den fleißigen Bienchen, kriege ich immer auf Insta die Markierung, äh, mit, mit Screenshot, wenn die die bewertet haben. Das würde ich auch schön finden übrigens. Das wäre schön. Ja, ja, mit so einer Verlinkung drin und dann, äh, ja, doch. Ja, aber meine eine Bewertung macht es ja jetzt auch nicht aus. Doch, jede Bewertung zählt. Jede Bewertung zählt. Und wo wir wieder sind, wir müssen ja auch Textmarker schreiben, also. Ah, Textmarker. Schreiben wir das mal schnell auf hier, wa? Hey, da geht es wieder los. Du hast ja dein D auf deinen Käppi. Was habe ich? Du hast von Displate, ne? Dein D auf den Käppi. Ist das die? Das sind die, äh, die L.A. Dodgers. Das ist ein, ein original importiertes Käpp aus, äh, Amerika. Die kriegst du nur in L.A. zu kaufen. Äh, warum verbinde ich das denn mit Displate? Also ich würde mal fast behaupten, dass die L.A. Dodgers ein bisschen älter sind. Also der Witz, da gibt es eine witzige Geschichte zu. Möchtest du diese hören? Ja, erzähl mal. Pass auf. Ich war vor, ich glaube, sechs, sieben oder acht Jahren mit, äh, Fischi damals in Amerika. Ah ja, okay. Und ich habe diese Käpp gesehen, weil wir in einem Laden waren. Also ich habe nach ganz vielen Caps geguckt und dachte mir so, weil ich da kein, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so viel Geld und, äh, wir sind halt nach Amerika geflogen und das war schon, hat schon gut eine Stange gekostet. Da habe ich mir gesagt, naja, machst du, wenn du ein bisschen mehr hast, kannst du ja in Deutschland dann quasi kaufen. Kriegt man natürlich in Deutschland nicht gekauft, auch nicht importiert, findest du nirgendwo. Hm. So. Ich mich darüber sehr geärgert und weil, ich bin ja nie wieder noch nach Amerika gekommen. Ja. Dann hatte ich, äh, Xiso, einen Zuschauer, der ist mit einer amerikanischen Frau liiert. Und die ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, von Amerika nach Deutschland gekommen. Und dann hat er mich gefragt, weil er sie besucht hat, der sie, soll ich dir das mitbringen? Hm. Und dann hat der Gute mir zwei Stück gekauft. Oh. Und ich war so happy, weil ich das, ich wollte das unbedingt haben, diese Cap wegen dem D, wegen Dizzy logischerweise. Ja. Und, äh, dann hat er mir das, ein oder zwei Jahre später, ist er zu seiner Frau, hat das gekauft und hat mir das dann geschickt und hat mir das geschenkt. Also, ich hätte es gerne betracht, wollte er nicht. Ähm, dann hat er mir das mitgebracht. Und das hier ist genau diese. Und jedes Mal, wenn ich die trage, kann ich mich an den guten, äh, Herrn erinnern und an seine Frau, wie sie jetzt gemeinsam in, äh, Deutschland lebt. Also, ich hoffe, dass es noch so ist. Ich habe lange nicht mit ihm gesprochen, aber daher kommt das. Und mittlerweile habe ich davon vier Stück, weil das letzte Mal, als ich in Amerika war, habe ich mir gleich nochmal zwei gekauft. What the fuck? Was? Warum? Also, genau die gleichen? Ja. Warum? Weil du immer Dreck unten dran hast, irgendwann. Siehst du das hier? Ja. Ja. Und Käpp ist nicht so schön sauer. Also, ich finde, das ist eh so eine Käppologie bei den Leuten. Wirklich, das ist manchmal so, ja, ja, also ich habe vier von der gleichen Käpp, na, also wenn er mal direkt da drunter ist, da kann ich ihn natürlich nicht tragen, da muss ich andere tragen. Ich habe draußen auf dem Flur über 100 Stück. Ich weiß. Ich habe es gesehen. Ich habe alles Mögliche. Manche Taschen, manche Taschen, manche Ohren, du, Käpp. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Ne, ich habe aufgehört zu kaufen. Hast ja auch langsam genug, ne? Es gibt schon welche, die sind schon ganz sexy. Aber ich habe mir auch gesagt nach, ich glaube, 20 Jahren Käpp tragen, ne, jetzt mal wieder was anderes. Also, jetzt trage ich ja oft ohne. Ich habe mir heute nur nicht die Haare gemacht, weil ich noch nicht laufen war und ich sowieso nachher noch laufen gehe und ich das nicht für sinnvoll befinde, mir die Haare zu machen, um sie dann wieder, äh, zu waschen. Wie wärst du mal mit einem Stirnband? Hä? Weißt du, wie viel ich schwitze, Jen? Ja, dann stinkt doch dein Käppi. Ich bin gestern aus dem Sitz raus und meine Hose, ich hatte eine graue Hose an. Die hatte wirklich bis hier, weißt du, gesehen, wie die verfärbt war und durchgeschwitzt war. Die Hose konntest du wirklich ausbringen über der Paderwolle. Ja, weil du keine Unterhosen trägst. Du hast jetzt bestimmt schon wieder keine Unterhose an. Och, Nils. Zieh doch bitte. Zieh doch bitte mal eine Unterhose an. Ich sehe meine Mutter schon gerade, währenddessen sie spazieren geht. Und Montagabend die Folge hört, ey, dieser Bengel kotzt mich an. Kann der nicht mal eine Unterhose tragen, ey. Ach, schön. Ach. Ne, ich hab mir, also was ich mir jetzt tatsächlich angewöhnt habe und angewöhnen muss, ich hab mir jetzt Sonnenhüte bestellt. Weil ich ja eine Sonnenallergie hab. Ja, geil. Ja, und da hab ich überlegt, scheiße. Also, das fuckt mich sowieso ab. Ich hab ja erst im Februar, war ich ja im Urlaub in Curaçao und da hab ich ja, da war ja mein Gesicht war ja so geschwollen. Ich sah ja schrecklich aus. Dann dachte ich, ja, das ist bestimmt so eine einmalige Sache gewesen, weil die Sonne da richtig hart runtergeknallt hat. Dann waren wir jetzt hier letzten Samstag auf Festival und da war 16 Uhr die Sonne draußen. Die hat so drei Stunden geschienen, das war eigentlich ganz chillig und am nächsten Tag war mein Gesicht geschwollen. Jawoll! Also wirklich alles gejuckt um meine Arme. Ich war, ich konnte, dann war Sonja da und ich konnte mich fünf Tage oder vier Tage nicht schminken. Schön. Ja. Also warst du das hässliche Entlein? Ich war das schöne, natürliche Entlein. Ich hab natürlich Schminke nicht nötig, also. Ist doch gut. Ja, aber, ja. Ist natürlich schön. Also ich hab ne Sonnenallergie, es fühlt sich irgendwie total scheiße an, wenn die Sonne so scheint und du denkst dir, du darfst da irgendwie nicht rein, weil du bist allergisch dagegen. Aber ich hab mir jetzt in der Apotheke so ne richtig harte, du kannst halt nicht normale Sonnencremes verwenden, weil du ja ne Allergie hast, also musst du noch was anderes besorgen. Also hab ich mir in der Apotheke irgendwie für 40 Euro jetzt so ne Sonnenallergie, Sonnen-, Anti-Sonnencreme gekauft. Aber die wirkt. Also wir waren ja jetzt letztens hier auf so nem riesigen Feld für zwei Stunden, Sonja und ich bei 35 Grad. Aber mein Gesicht ist nicht angeschwollen. Das heißt, es hilft. Ja, ist doch mega. Ja, und jetzt noch Sonnenhüte, da werde ich ja aussehen wie so ne Zuckerpuppe. Geil, ja, ja, wie so ne 40-Jährige, du. Hallo, ich hab mir jugendliche Sonnenhüte gekauft. Wie so ne 40-Jährige, oh mein Gott. Mit so Schleifen und so Bänder. Oh, dann kommen so die geilen Fotos mit dem Blick über die Schulter. Ja, wir kennen's alle, du. Wir kennen's alle. Ich hab das durchgespielt. Wann gehen wir Fotos machen? Gut, demnächst. Find ich schön. In der Sonne. Ich muss wieder Fotos machen. Ich merke, dass ich sehr, sehr eingerostet bin. Kommst du nach Berlin? Machen wir mal eine Fotosession. Hab jetzt ganz viele Kameras. Ich komm nicht mal so zwei, drei Tage besuchen, glaube ich. Und dann gehen wir mal so richtig einen rein donnern. Ja. Wenn du da Bock drauf hast. Ich kenn da nämlich sehr gute Ecken. Ich war ja schon ein, zwei Mal fotografieren. Ja, kann man machen. Ich hab meine neue Kamera ausprobiert. Ich lieb die. Ich bin ein bisschen neidisch. Ach, ich zeig sie doch mal. Ja, zeig sie. Komm, hol sie doch mal raus. Oh, ja, hol sie doch mal raus. Guck mal, Baby. Ah, die ist so klein, ne? Ja, das ist ja das Geil. Die ist so klein. Aber weißt du, ich möchte hier gleich mal ein bisschen Kritik äußern. Oh. Was zum Kuckuck machst du mit einem scheiß Kid-Objektiv da drauf? Schämst du dich nicht? Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Schämst du dich nicht? Nö, tatsächlich nicht. Entschuldigung. Aber ey, eine Zweieinheit. Ja, verstehe ich. Aber ich will halt, ich will ja darauf achten, dass sie so leicht bleibt. Ja, dann hol dir doch ein leichtes Objektiv. Ja, aber das ist doch ein gutes Objektiv. Hast du mal mein letztes Video gesehen? Das ist, hallo? Geht's wohl noch besser? Wie denn? Na, mit anderem Glas vorne dran. Mit pfücken. Das Objektiv? Ja, ja, aber wofür ist das denn dann ein gutes Objektiv? Ja, zu nix. Das bestellt man normalerweise auch nicht mit. Das machen einfach nur Rentner, die von Fotografieren nicht so viel Dunst haben. Also ist Niek Bietze auch ein Rentner. Wer? Niek. Kennst du Niek? Benutzt der das Kid-Objektiv? Ja, weil ich war auf dem The Quarry Event und er hatte diese Kamera dabei und hat gevloggt. Und ich hab so geguckt, oh, die ist aber schön, macht die aber so gute Videos. Und dann hab ich mir das gezeigt und ich hab alles einfach nachgekauft, was er hat. Niek, du Rentner. Also du könntest schon noch mehr rausholen, wenn du das Objektiv wechselst. Ja, wenn du ein gutes hast, aber du sagst, das ist trotzdem leicht, dann let's go. Aber ich will nicht so ein fettes Objektiv da drauf haben. Warte kurz. Okay, an alle, die gerade zuhören, ihr müsstet eigentlich Video anschalten. Weil ihr seht das halt nicht, ne? Aber wie gesagt, ich hab die Sony Alpha 7C und die ist super leicht. Oh, jetzt hat der so ein riesen Objektiv da dran. Hier, mach dir doch so ein Ding drauf. Ja klar, ey. Warte mal, das ist gar kein Problem, warte. Schwanz-Vergleich hier, ich kann das doch keine Ahnung machen. Schwanz-Vergleich jetzt. Ja, kann ich auch dran machen. Ja, weißt du, das ist 24 Millimeter? Das ist ein 24er, oder? Oder ist ein 85er? Da. Weiß ich nicht. Warte, wir warten auf den Fokus. Ja, 24. Ja, das kannst du schon eher noch zum Vloggen nehmen. Das ist aber noch schwer. Das ist so schwer. Das ist schwerer als die Kamera. Was? Ja, wirklich. Also, ich fand die Aufnahmen sehr gut. Okay. Ich muss mir hier erstmal reinfuchsen. Was ich jetzt bald machen will, ich will, entweder will ich mir so einen Workshop mal gönnen, weil ich will mal von Kameras alles wissen. Also ich weiß natürlich, was hier ISO und Blende, um die Lichter einzustellen. Und die ISO soll ja am besten so niedrig wie möglich sein, etc. Aber ich will mal so wirklich diese Bedeutung dahinter wissen. Und auch bei den Millimeterzahlen und etc. Wo man halt ein bisschen das Beste aus der Kamera rausholen kann. Deswegen mache ich jetzt wahrscheinlich, lass ich mal so eine Einführung geben. Ja, ist doch schön. Ja, interessiert mich nämlich sehr. Also bei Kameras sagt man wirklich, Jen, ich meine das nicht böse. Das ist jetzt natürlich eine kleine Neckerei. Ja. Wenn du, also wenn du dir ein vernünftiges Glas kaufst, also Objektive, kannst du halt wirklich mehr rausholen. Ja, das weiß ich. Aber ich will erstmal jetzt gucken, dass ich mich da auch auskenne und nicht immer nur kaufe. Und irgendwie gar nicht weiß, ja, das ist geil und das ist geiler und das ist nicht so geil. Ja, ist doch schön. Also finde ich gut. Aber wenn du jetzt beispielsweise, du schraubst hier, wenn du dir jetzt ein größeres Glas drauf schraubst, kannst du ja mit dem Gorillapod arbeiten. Diese drei Beine, die du so verbiegen kannst, kennst du die? Ja, die kenne ich. Ja, dann kannst du die so in der Hand nehmen, das ist nicht so schwer. Das nervt mich eh. Vor allem kannst du das auch weiter wegführen von dir, sodass die Leute mehr von dir haben. Ich will mal gucken, ob es auch sowas gibt wie so einen Stabilisator, aber den man halt auch mit einer Hand halten kann. Ich glaube, Faszien gibt es nicht für sowas, ne? Mit einer Hand. Es gibt doch nur diese Dinger, wo du die Kamera so reinhängst. Doch, kannst du auch. Ja? Ja, aber das ist, würde ich dir ehrlich gesagt, wie willst du denn dann vloggen? Dann musst du jedes Mal den Stabilisator anpacken. Und deswegen liebe ich es ja, weil die ja so kompakt und klein ist und ich so wenig wie möglich mitnehmen muss. Ja. Ja, genau. Ja, heute Technik-Talk. Wenn ihr Tipps habt, in die Kommentare. Rein damit. Schöne kleine Gläser. Ich frage mich, ob wir so Fotografen hier haben unter uns. Ja, bestimmt. Bestimmt. Vielleicht habt ihr ja Tipps. Bestimmt, ja. Aber Gorillapod ist sexy. Kann ich hier nur, kann ich hier nur empfehlen. Ist das das Dingens? Das muss ich mal kurz. Google. Ja. Ah, ja doch, das hat... Irgendwo habe ich das auch, ja. Aber die gibt es noch größer, ne? Ja. Ich habe auch einen kleinen und großen. Ja, die sind super. Zum Vloggen sind die mega. Voll. Du kannst ja auch, du kannst ja irgendeine Stange dran machen. Ja, genau. Voll cool, ja. Sehr gut, ja. Ja. Hast du, kennst du Casey Neistat? What? Wow. Was denn? Kennst du Casey Neistat nicht? Nee. Okay, cool. Dann schicke ich dir nachher einen Link. Ja. Und dann kannst du vloggen lernen. Okay. Okay. Mach ich. Also, vielleicht ist das ja was für dich. Das ist, also der finde ich persönlich für mich, der hat das Vloggen auf ein ganz anderes Level gebracht. Okay. Ja, ich gönne mir dazu viel, weil, also ich will wirklich, ich will unter die Vlogger gehen. Es macht Spaß. Momentan gehe ich wirklich ohne Orientierung rein. Ich fahre einfach total random und sag so zu Jimmy, Jimmy, hier schneid mal. Ist auch lustig. Mach ich jetzt auch noch ein bisschen länger so, aber ich will halt natürlich mich auch ein bisschen ausbauen. Ich wüsste gar nicht, was ich vloggen soll. Mein Leben ist so langweilig. Ja, aber das, aber, aber, da sage ich halt auch immer, es kommt halt auch auf den Schnitt an, weil ich finde, Schnitt holt auch nochmal richtig viel aus. Ja, das stimmt. Ja, absolut. Also, wenn du jetzt mal das letzte Video guckst, das sind einfach nur, ich glaube, das ist, das sind fünf gefilmte Szenen, aber Jimmy hat das auch wieder so witzig gekattet, kann man sich gönnen. Ich mach, ich mach Daily Vlogs zu Hause. Ja, mach doch mal. Mach mal ein, oh. Hausaufgabe für Dizzy. Ja. Nimm dir mal deine Kamera und mach mal wirklich ab dem Moment, wo du aufstehst, guten Morgen, bla bla, ist so viel Uhr, jetzt stehe ich auf. Und film einfach mal deinen Tagesablauf. Mach mal. Gib das Jimmy rein, das ist dir schneid und hat hoch. Und wenn du Waffeln machst, du musst übrigens mir noch das Waffelrezept bitte geben, das sah geil aus. Ist das bei Instagram? Ja. Nur dann kannst du das auch machen. Alles, film jeden Schritt. Ja, das ist der nachdenkliche Blick. Ja, okay, ich mal's mir schon im Kopf aus, wie ich's aussehen könnte. Ja, okay. Hm. Ja. Sag mal, jetzt hier motivierter. Dizzy ist nämlich im Survival-Modus. Nee, ich glaube, ich hab überlegt, ob ich das heute mache. Ja, aber du bist ja schon wach. Ich wollte eh ein YouTube-Video machen. Ja, gut, das weiß ja keiner in dem Video, dass ich schon wach bin. Doch, man muss sehen, dass du grad wach bist und wie du noch Sand in den Augen hast. Ja. Ich hab das, ja. Okay. Ja. Was machst du denn mit morgen? Was machst du denn morgen? Äh, nix. Stream. Ja. Und Office-Kram? Ja, siehste. Also nix bedeutendes. Sport? Das ist sowieso. Ja, siehste. Waffeln? Nee. Das hatte ich jetzt nicht vor. Muss ich jetzt Waffeln machen, oder was? Ja. Nee, mach mal. Mach, wie du denkst. Oh, Vloggen macht kein... Also, Vloggen macht mir keinen Spaß, weil... Echt? Nee, pass auf. Nee, pass auf. Aus folgenden Gründen macht mir das keinen Spaß. Okay, warum? Die Kamera interveniert mit der Rohheit des Erlebnisses. Äh, des Erlebnis. Das heißt, wenn du beispielsweise Waffeln aufnimmst, dann machst du die ganze Zeit immer deine Kamera Essen, Kamera Essen, Kamera Essen, Kamera Essen. Und dadurch unterbrichst du die Rohheit und den Genuss an der ganzen Sache. Beispielsweise nimm mal Sport. Sport ist ja für mich meine, meine, äh, Zeitinsel, ne? Ja. Das heißt, ich würde mit in meiner Zeitinsel, würde ich mit der Kamera intervenieren. Das stimmt. Und ich mag das nicht, wenn meine Zeitinseln... Ja. ...angebrochen werden. Ja. Und es gibt so Momente, also zumindest ist das bei mir so, wenn ich verreise und ich muss vloggen, kann ich meine Momente nicht genießen. Mhm. Und in dem Moment ist es halt Job alles. Genau. Ja. Und ich möchte nicht, dass mein Leben zu 100% mein Job ist. Ja, verstehe ich. Also mal sich hinsetzen in eine Stube und mal ein YouTube-Video aufnehmen, cool, aber permanent. Also ganz ehrlich, wenn ich das Ding die ganze Zeit mit mir rumtragen müsste, nur um Content zu machen, ne. Du kannst nie komplett abschalten, weil du immer, du guckst... Im Grunde lebst du dann den Moment durch den Bildschirm dadurch. Genau. Du lebst durch den Bildschirm dein Leben. Und das fuckt irgendwann extrem ab. Also deswegen sagst du, also magst du vloggen an sich nicht, so allgemein? Ne, also für mich, das ist so ein, ich hab mal, also vor vielen Jahren hab ich mein ganzes Leben verwurstet. Meine Hobbys, auf Klo gehen, Essen gehen, Ausflüge mit Freunden. Ich hab wirklich alles verwurstet zu Content. Und ich hab irgendwann festgestellt, dass dir das dein Freiraum und deine Ruhe einfach nimmt. Ja. Weil, also gerade wenn du dir beispielsweise, kannst du dir ja mal Casey angucken irgendwann, wenn du Lust dazu hast, kann ich dir nur sehr empfehlen. Du kannst dein Leben einfach nicht mehr leben. Und deswegen bin ich auch, wenn du mir sagst zum Beispiel, ich soll mal ein Aufstehenfilm, denk ich mir so, ey, wenn ich meine Augen aufmache, will ich fünf Minuten für mich haben und nicht in der Kamera quatschen. Ja. Wenn ich runtergehe in meine Garage, dann will ich mir meine Kapuze aufsetzen und dann will ich nix von der Welt hören und auch nicht in irgendeine Kamera quatschen und das möchte ich nicht. Also es gibt ganz viele, weißt du, es gibt auch Menschen, die haben schon gesagt, Dizzy, weißt du, geh doch in deine Garage und mach doch dein Training morgens mit dem Stream. Also wäre super easy, könnte ich machen, weil da unten ist Internet, alles drin, aber dann nehme ich mir meine eigene Zeitinsel, um für mich selber zu regenerieren. Ja, das stimmt. Ich habe früher zum Beispiel auch meine ganzen Autofahrten gestreamt, als ich irgendwo hingefahren bin und ich will einfach nur für mich sein, damit ich mich sammeln kann, damit ich für mich bin und ich möchte nicht alles als Content machen, weil, also ich empfinde das schon so, dass wir sowieso schon mehr als genug Content machen. Also selbst wenn du durchschnittlich fünf Stunden am Tag live bist, dein Instagram pflegst, dein TikTok pflegst und dein Twitter pflegst und dein YouTube pflegst, hast du schon, überleg mal, fünf Standbeine, wo du Content machst. Ja. So, und jetzt überleg mal, du hast den ganzen Tag noch deine Kamera dabei. Bei mir ist das wie so eine Art, wie soll ich, also, ich finde, also je mehr Content ich mache, desto mehr pushe ich mich persönlich und umso, ich sag mal, happier macht es mich tatsächlich. Also, ich fühle mich unglaublich produktiv, wenn ich so viel Content am Tag mache, wie nur möglich. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe heute einen Vlog durchgeknallt, ich fühle mich wie Superman. Ich denke am, am, und dann denke ich, ich habe so viel, so viel Glückshormone dann in meinem Kopf und denke mir, oh mein Gott, das war so gut, das waren gute Aufnahmen, jetzt gebe ich das Jimmy, da schneidet was Krasses draus. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen umgekehrt. Also, ich weiß, was du meinst mit dem, ich könnte es auch nicht jeden Tag machen, für mich ist das so einmal in der Woche oder so, wo ich mir, wo ich mich, ich kann dir aber sagen, wo ich mich oder wo ich meine Privatzeit an Teilen an einem Tag aufgebe, wenn ich das filme. Siehst du, bei mir ist das immer so, dann ist das entweder ganz oder gar nicht. Ja. So, und jetzt kommt bei mir noch mit dazu, ich sehe bei mir die Sinnmäßigkeit dafür nicht. Also, für tausend Views muss ich nicht mal einen halben Tag hergeben. Also, das klingt super abgedroschen, vielleicht liegt das am Alter oder vielleicht liegt das einfach an der Struktur in meinem Kopf, aber für tausend Views muss ich nicht mal einen halben Tag hergeben. Muss ich nicht. Absolut nicht. Ja. Ja. Das ist so ein, da kann ich lieber, also für mich zum Beispiel, wenn wir heute jetzt hier fertig sind, ne, dann sage ich mir so, alter geil, dann stecke ich mir irgendwas ins Ohr, höre mir Musik an oder höre ein Hörbuch und dann gehe ich erstmal meine Küche wischen und mein Bad wischen und meine ganze, meine Dusche schrubben. Ja. Und das fühlt sich für mich geiler an, als mir ständig eine Kamera an die Fresse zu halten. Verstehe ich. Ich sehe das wie so eine Art Portfolio, was du dir selbst erstellst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Vlog machst, ist das so ein Abgehakt, ich habe ein weiteres Ding, was ich kann, in meinem Portfolio gespeichert, was man mit mir verbindet. Dass man sieht, wie bei einem Fotografen, der halt mehrere Fotografien drin hat und sein Portfolio erweitert. So sehe ich das zum Beispiel mit jedem Content-Peace, was ich mache. Das ist ein guter Ansatz, ja. Ja. Aber so halt halt, ja, mach du. So, mir ist das, da muss ich auch sagen, dass es mir relativ egal, wie viele Klicks das bei mir bringen würde auf YouTube, weil YouTube ist für mich so und ich tobe mich da aus, wie ich sein will, wie ich kreativ sein will und es ist halt da. Es verschwindet halt nicht, es verjährt nicht, es ist da und es ist in meinem Portfolio drin und so vertrete ich mich im Internet als Künstlerin. Deswegen finde ich das cool. Ja, Vlogs, also ich habe früher auch Vlogs gemacht, ich muss aber wirklich sagen, das ist nicht so mein Jam. Ja, ist okay. Also wenn irgendeiner eine Kamera, wenn mir einer die ganze Zeit hinterherlaufen würde so, okay, cool, könnte ich verstehen, dann würde mich das gar nicht stören. Aber mich stört das in meinem Dasein. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich fotografieren gehe, also richtig fotografieren gehe, da wollten Menschen immer sehr gerne im Streamen mitkommen, was verständlich ist, weil es cool ist. Ja. Mich nervt das Todes die ganze Zeit, das Ding auf dem Rücken, Chat lesen. Ja. Weil du gar nicht in diese Situation reinkommst und ich habe irgendwann, ich habe mich so sehr da drin verloren, aus allem Content machen, dass ich irgendwann vergessen habe, meinen eigentlichen Hauptcontent richtig zu machen. Ja. Also irgendwann hat mein Stream, was ja mein Hauptcontent ist, war einfach scheiße irgendwann. Mhm. So und, ey, wie gesagt, wenn mir ein Kameramann hinterherlaufen würde den ganzen Tag, dann würde mich das gar nicht stören. Ja. Also dann gerne, meinetwegen mach 500 Vlogs so, also solange ich meinen Kopf für mich habe und nicht ständig immer Kamera und nichts. Also würdest du jetzt auch nicht sagen, du würdest das mal für einen Tag ausprobieren? Nee. Also ich sehe da keinen, ich für mich persönlich, bin ganz ehrlich, ich sehe da einfach keinen Mehrwert drin oder so. Weil schon, also nur pass auf, die erste Hürde, die in meinem Kopf ist, ist, wenn ich morgens laufen gehe, ich muss die Kamera anmachen, die muss einmal laufen und dann muss ich wieder ausgehen. Das heißt, ich muss die Zeitinsel, die ich habe, unterbrechen. Mhm. Das heißt, ich muss vom Cross-Trainer runtergehen, das anmachen, raufgehen, so tun, als wenn ich Sport mache, runtergehen, wieder ausmachen und wieder raufgehen. Und das ist so, das ist eine absolut heilige Zeitinsel. Also du kannst mich da nicht anrufen, ich schreibe dir nicht zurück, ich schreibe dir nicht zurück, mir ist ja alles egal, weil das ist mein Ding so. Ja. Okay. Selbiges gilt für Waffeln machen so, das ist, nee, mein Ding gehört mir. Ah, du machst doch Insta-Stories. Wo? Wenn du die Waffeln machst. Ja, drei Sekunden reinhalten, weglegen und fertig. Ja gut, wenn du eine Kamera ausstellst, anmachst, dann sind das fünf Minuten. Ja, dann musst du darauf achten, dass das da drinnen vernünftig ist, dann muss der Ausschnitt passen, also dann muss Licht an sein, weil es eine andere Kamera und dann... Und was ist, wenn du das dann ganz, ganz, okay, dann wirst du sagen, das erfüllt nicht deinen Qualitätsstandard, wenn ich jetzt sagen würde, dann nimm da einfach dein Handy. Mach kurzes Zehen. Ja, kann man machen. Hab ich auch schon gemacht. Okay. Aber das ist halt, also ja, hab ich auch schon gemacht, da musst du aber Bock und Muße für haben, so, ne? Ja. Also beispielsweise für mich ist, wenn ich Waffeln backe, hat das den einfachen Hintergrund, ich kann runterkommen und flieh sozusagen vor dem, was mich den ganzen Tag bewegt hat. Und dann will ich nicht noch eine Kamera, so, ne? Ja, das ist okay. Ja. Also wir können gerne, wenn du, also wir können gerne irgendwann zusammen mal vloggen, so, das können wir gerne machen. So, das ist kein Problem, aber ich möchte, das ist nicht mein Jam, so. Okay. Gib mir einen Kameramann, so, alles cool. Meinetwegen kannst du aus all meinem ganzen Leben Content machen. Ne. Okay. Ich hab für mich entdeckt, Monologe zu halten im Sessel in die Kamera. Das find ich schön. Das mag ich, das stört mich zum Beispiel gar nicht, das find ich gut. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Äh, vor zwei Tagen und nachher gleich. Ah. Hörst du denn, lest du das auf YouTube? Kommt noch. Achso, hast du noch nicht gemacht? Ne. Okay. Da bin ich ja gespannt. Über was redest du da so? Na, letztens, äh, hab ich über Sport und Ernährung gesprochen. Also, wie das für mich so war und dann, wie es zu dem Lebenswandel kommt. Und jetzt möchte ich, also heute ist so ne, so ne Episode, wo ich mal so das ein Jahr oder anderthalb Jahren extrem viel Rennfahren rekapitulieren möchte, was das in meinem Leben gemacht hat und so weiter und so fort, ja. Solche Sachen. Cool. Interessant. Nice. Denn halt, was Leute da so drunter schreiben und sich wünschen, quasi. Ja. Wenn ich dazu was zu sagen habe. Nice. Nice. Ist das schon mal was. Was Neues. Ja, da ist ja nicht so, als wenn wir hier nix Neues machen. Ach, meine Instagram Stories sind ja wohl auch bitte nicht mehr langweilig, oder was? Ah, ah, ah. Ich gucke mir deine Waffel Stories an. Mehr nicht? Gut. Ja, dann gucke ich mir deine jetzt einfach ordentlich an. Ah, nein. Ist in Ordnung. Ich seppe nur überall bei jedem, ohne Ausnahme, wenn jemand redet, seppe ich durch. Ich rede nicht in meinen Instagram Stories. Ja, siehst du, dann gucke ich mir die an. Alle. So gut wie fast gar nicht. Was? So gut wie fast gar nicht. Na, siehst du. Dann gucke ich mir die auch an. Ich weiß auch nicht, warum. Auch wenn ich eine Insta-Story mache, wo ich zwei Sequenzen durchrede, 30 Sekunden, dann denke ich mir, das guckt sich kein Schwein an. Aber, ja. Ich würde es mir auch nicht angucken. Weiß nicht, warum. Ich habe da einfach eine Abneigung gegen. Kann ich dir nicht sagen, warum. Deswegen, bist du auch so einer, der, also machst du, wenn dir jemand eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt, auf 1,5 hoch? Nee. Nee? Ich mache auf 1,5. Man kann auch auf 2 machen, aber ist zu schnell. Ich mache auf 1,5. Hm. Nee. Aber das ist halt wahrscheinlich dieses Content-Creator-Dasein. Äh, man kann irgendwann nicht mehr, das ist einfach zu viel. Überleg mal, also jetzt mal wirklich, überleg mal, wie viel du an manchen Tagen am Handy hängst und mit Menschen krägst. Ja. Ja. Das ist zu viel. True. True. Also, jetzt, wenn du beispielsweise jemanden hast, äh, sagen wir mal, Management, und du redest jeden Tag, du hast abends, glaube ich, also, schätze ich mal, gar keinen Bock mehr. Ja. Dann bist du dead. Ich habe das früher auch gehabt. Ich war vor, ich weiß gar nicht, vor, boah, als ich in Berlin gewohnt habe, vor vier Jahren, ich war so dead im Kopf. Komplett tot. Das ist wie so eine Social Battery. Ich habe wirklich im, ich habe in meinem Privatleben, in der Beziehung, keine Lust mehr gehabt zu reden. Hm. Null. Das habe ich auch manchmal. Genau, das habe ich, das habe ich jetzt auch manchmal. Ey, da sitze ich manchmal mit Togo einfach da und ich gucke ihn dann an, so nach 30 Minuten, wo ich nichts gesagt habe, und ich sage, ich würde dir gerne ein bisschen erzählen, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock, ne? Das habe ich. Genau das habe ich. Siehst du, und genau deswegen verwurste ich nicht alles. Ja. Ich verwurste einfach nicht mehr alles, weil du brauchst, also für mich ist es so, ich brauche halt irgendwo einen Ausgleich zu nehmen. Ich rede den ganzen Tag und Tag und Tag. Cut im Stream, ne? Bla 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 ich persönlich, also für mich jetzt, ich finde das super gefährlich, weil du tötest dich damit, wenn du aus allem Content machst. Ja. Weil du dir deine Zeit in Sinn nimmst. Ja. Und genau deswegen, also, deswegen sag ich so, ey, nee, wenn ich morgens aufstehe, scheißen gehe, so, das ist meine Zeit, wo ich regeneriere und sage, ey, hier bin ich kurz mal ich. Ja, oh, ich hab jetzt so einen smoothen Übergang, das kann ich direkt mit einer Frage von einer Zuschauerin, oh, ich bin so krass. Geil, da los. Von jessi510, beeinflussen digitale Medien die Persönlichkeitsentwicklung und hat Chancen beziehungsweise auch Risiken? Ja, du? Also ich finde, wir haben gerade schon über so ein Risiko geredet. Das Risiko ist, dass wenn du viel in der digitalen Medienwelt verbringst, dass du halt gerade als Content-Creator privat gar nicht mehr imstande bist, irgendwie viel zu erzählen. Aber es beeinflusst auf jeden Fall die Persönlichkeitsentwicklung, also safe. Also ich weiß nicht mal, wie ich wäre, wenn ich jetzt nicht in diesem ganzen Social-Media-Kack aufgewachsen wäre. Dazu muss ich sagen, ich bin sehr stolz, dass es so ist, wie es ich war. Ich bin ja sehr zufrieden mit mir aktuell. Deswegen, es beeinflusst es auf jeden Fall. Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Also soziale Medien oder digitale Medien haben einen unfassbar riesig großen Einfluss auf Menschen, auf die Gesellschaft, auf charakterliche Prägungen. und das fängt sehr, sehr früh an. Ja. Würde niemals aufhören. Nein. Gehen wir von Kindern, die Sprichwörtern von ihren Lieblings-Youtubern benutzen, ihre ganze Sprache sich darum baut, Menschen, die sich Schönheitstrends abgucken, operieren lassen, deswegen Fitness-Wahnsinn, Ernährungswahnsinn, also was heißt Wahnsinn? Ernährung, Fitness, Memes, Filme, Serien, so. Das ist alles, also soziale Medien haben mehr Kraft, als man sich zuschreiben möchte. Also du kannst der stabilste Mensch sein im Kopf und du kannst super rational sein, du kannst super reflektiert sein, das kriegt dich. Es gibt ja nicht ohne Grund Influencer, die Beeinflusser auch. Also ich wette, also das ist auch so ein Teil, ich wette, dass jeder, der mit dem Internet zu tun hat, sich in irgendeiner Art und Weise schon von einem Influencer hat beeinflussen. Sei es in der Meinung, sei es in einem Produktkauf oder sich zu irgendwelchen Dingen, also safe, oder? Na klar, weil du guckst ja eh nur Menschen, die sowieso ähnlich sind von deinem Mindset her. Genau. Ja. Also, ich gehe mal davon aus, das ist eine Annahme, sehr viele Menschen werden aktuell, also im letzten Jahr angefangen haben, entweder mit Simracing oder mit Sport oder Ernährungsumstellung. Also in meinem Umfeld passiert das ganz viel. Ich habe jetzt Ernährungsumstellung und Sport. Ja, es fängt bei dir an und geht bei Toro weiter und dann die Zuschauer. Und du musst dazu nicht mal was sagen. Also, bei mir ist es ja so, ich versuche das ja, ich lebe das ja nur vor, sagen wir mal so. Ich versuche es nur vorzuleben und nicht reinzureden. Ja. Das kommt von ganz alleine. Ja. Weil du dir irgendwann sagst, ey was, wenn der Dicke das schafft, ey, dann schaffe ich das doch auch. Das ist für viele Motivation. Ja. Ist ja auch so, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt in Therapie, ich lasse mich jetzt behandeln wegen meiner Depressionen, daran ist ja nichts verkehrt. Ich habe auch Nachrichten bekommen, ich habe mich jetzt getraut, auch endlich zur Therapie zu gehen. Schon influenced. Was ja nicht verkehrt ist. Ne, null. Also, wenn da nicht so ein 0815-Pobel-Produkt angepriesen wird, was nur zum Geld machen ist, das ist leider die Kehrseite der Medaille, dann ist ja alles easy peasy so. Oder du bist Casino-Streamer. Also, damit beeinflussen die auch, denke ich, also was denkst du? Die ganzen Casino-Streamer. Ich meine, viele sagen ja davon, ihr Glücksspiel macht süchtig, macht es nicht. Ich mache es nur zur Unterhaltung. Was meinst du, wie viele von 10.000 Zuschauern mit Casino anfangen? Mehr als genug. Zu viele. Einer ist schon zu viel. Einer ist schon zu viel. Ja. Und ich sage mal so, da die Deals sehr gut bezahlt werden, kommt da schon was rum. Das ist insane. Gilt übrigens auch an die ganzen FIFA-Boys, die ihre FIFA-Pakete auföffnen. Ah, darauf habe ich gar nicht nachgedacht. Und Pokémon-Karten, genau dieselbe Scheiße. Oder Magic the Gathering. Oder sonst welche anderen Booster. Genau dasselbe. Teil des Problems. Ah, Booster. Also das geht alles, weißt du, oh wow. Boah, deine Stimme ist ja weg hier. Ähm. Leute relativieren das immer, weil Glücksspiel, also Casino-Streams sind wirklich, ist absoluter Rotz. Ja. Müsst du nicht drüber reden. Also es ist wirklich moralisch, es ist Rotz. Wenn das dein Entertainment ist, äh, Rotze zu entertainen, äh, oder mit Rotze Entertainment zu machen, ist das deine Wahl. Die kannst du haben. Du weißt aber nie, wer dahinter sitzt. Du kannst einem 13-Jährigen, der jetzt gerade just in dem Moment, äh, auf die Seite gekommen ist, vorleben, wie geil das ist, das zu machen. Also dein, äh, dein komischer Disclaimer, den du dir irgendwo in die Ecke machst, um zu sagen, hey, äh, also Glücksspiel ist scheiße, ja die Kacke kannst du dir in die Haare schmieren, weil deine Reaktion, die vollgepumpt ist mit Dopamin und anderen chemischen Cocktailen, währenddessen du auf dem Stuhl stehst und rumschreist wie so ein Irrer, währenddessen du, weiß ich nicht, 3000 Dollar verdient hast, die negiert das wieder. Ja. Und diese Verantwortung als Content-Creator hast du. Wenn du diese Verantwortung nicht übernehmen möchtest, bist du moralisch gesehen auf einer anderen Ebene unterwegs, als, sag ich mal, der normalsterbliche, oder was heißt der Durchschnittsmensch. Moment, ich muss das kurz mal. Ja, mach mal, beheb mal. Ja, aber zu dem Casino-Stream, also ich, ich finde das krass, also ich glaube, um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, für die Leute, die nicht wissen, was man dafür angeboten bekommt, also ich glaube, ich habe da letztes Mal drüber geredet, mit meiner aktuellen Reichweite, ich habe eine durchschnittliche Zuschauerzahl, ich glaube von 1,5 oder 1,6, würde ich schon ein Angebot bekommen von knapp 2 Millionen Euro. Für wie lange? Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, wie lange die Deals, die gehen, einen Monat, glaube ich. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, also man sagt ja so, ich habe ja schon so oft darüber geredet und die, also das, die Aussage, die ich am meisten höre, ist, aber das Internet vergisst doch so schnell. Das Internet vergisst nie. Ja, das stimmt, aber du hast, ich meine, das sind 2 Millionen Euro, rechnen wir mal noch Steuern weg, etc., weiß ich nicht, was, kann man, wäre es realistisch zu sagen, du hast noch eine Million oder 1,2, ja. Dann hast du 1,2 Millionen Euro. Du hast Geld, okay, dann denkst du dir, du kaufst dir vielleicht ein Haus, dann sind schon mal 600, 700 K weg, locker. Das ist ja süß. Ja, klar, oder eine Million von mir aus auch. Kannst du alles reinlegen. Ja, aber es ist so, ich könnte, also ich hätte so ein schlechtes Gewissen, also ich bin da wirklich ein sehr, sehr großer Gewissensmensch, ich könnte danach, dieser Moment, wenn du danach den Stream anmachst und normal weitermachen willst, das fühlt sich doch so unglaublich weird an und so verfälscht, also ich könnte das nicht, also ich weiß, es gibt Leute, die können das, ja, aber ich könnte das nicht. Ich würde mir so schäbig vorkommen, irgendwie zu wissen, ich habe jetzt mindestens eine Person dazu überzeugt, ins Casino zu gehen und sich der Glücksspielsucht hinzugeben und vielleicht eine Familie in den Abgrund zu reißen und ein Leben zerstört zu haben, das könnte ich nicht. Und das ist ja nicht nur einer, das wären mindestens hunderte oder tausende von mir aus. Könnte ich nicht. Ah, ah, weiß ich nicht. Selbst wenn es, ich habe ja drüber nachgedacht, selbst wenn es ganz unrealistisch, sage ich mal, 100 Millionen sind, wo du dein Leben lang ausgesorgt hättest. Du hast ausgesorgt, aber dann würde ich sagen, ich mache nie, ich lasse mich nie wieder auf Social Media blicken. Und dann würde mir ja was Grundlegendes fehlen, weil Social Media bringt mir natürlich Geld, aber es macht mir halt auch Spaß. Und dann würde ich halt einen Riesenteil aufgeben, der mir Spaß macht, wo ich nicht mehr zurückgehen könnte und nicht mehr zurückgehen will. Dann hätte ich zwar Geld, aber ich könnte nicht mehr das machen, worauf ich Bock hätte, mit reinem Gewissen. Also fällt für mich prinzipiell dieses Casino-Ding komplett raus, egal wie viel Geld. Ich habe übrigens keine Gesprächsmarken aufgeschrieben, witzigerweise. Oh ja, naja. Muss ich noch mal kurz durchklickern. Die Menschen haben kein Gewissen. Haben sie nicht. Period. Die Leute haben kein Gewissen. Weil da ist, also das sind Menschen, die sind im Kapitalismus angekommen. Money roots the world. Das ist so hart. Das ist so krass. Und wenn du da noch meistens, wenn die da noch posten, was sie sich kaufen, T-Shirts für 800 Euro massenhaft und denkst du so, alter krass. Das wollen Menschen sehen. Das ist übrigens super, super weird. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, warum der Mensch so tickt. Also das müssen sehr junge Menschen sein. Also ich zum Beispiel, wenn mir jemand eine Rolex zeigt oder wenn mir jemand ein Lambo zeigt, ist mir das so egal und irrelevant für mich. Also das ist für mich Content, den möchte ich gar nicht machen. Also wenn Menschen mich zum Beispiel fragen, kannst du mir mal zu deinem Auto einen Vlog machen, denke ich immer so, was ist das einfach ein Auto? Ja. Das ist ein Gegenstand. Ja. Und das ist Content, den Menschen sehen wollen. Weil ich glaube, das läuft so auf dieses Brot-und-Spiele-Ding hin, weil ich werde es niemals haben, aber ich möchte gerne davon träumen. Und dadurch, dass ich das nicht haben kann und er das hat, kann ich davon träumen. Ja, hat das ergibt Sinn. Und jetzt pass mal auf, was daran super gefährlich ist, und wenn wir jetzt mal in Casino gehen, ey, selbst FIFA-Packs, Pokémon-Karten oder Magic the Gathering, was auch immer für eine Booster, du gibst das Kindern mit, dass das normal ist und okay ist. Aber die Booster, die existieren ja schon ewig. Ist scheißegal, früher gab es dafür keine Werbung. Wenn sich jemand vor zehntausenden Menschen hinsetzt und Pokémon-Karten aufmacht, ist das fucking gefährlich. Weil das ist für den kleinen Hans mit zwölf, erreicht das Normalität. Und der kleine Hans denkt sich, ja geil, Alter, dann kann ich mir irgendwann Pikachu Supergold, Entschuldigung, ich kenn mich damit nicht aus, da rausziehen und dann kriege ich auch 80.000 Euro für die Karte. Ja. So, aber was dabei immer vergessen wird, und da kannst du so viele Disclaimer machen, wie du möchtest, da stecken hunderttausende Euros drin. Mhm. Und das ist gefährlich, weil niemand den Menschen erklärt, wie du da gedanklich rangehen sollst. Ja, es ist Entertainment, hat auch so ein bisschen vielleicht seine Daseinsberechtigung, aber Menschen haben diese Gedankengänge nicht, dass das nicht die Realität ist. Selbiges mit FIFA-Packs. Die Scheiße sollte verboten werden. Wenn ich mir angucke, wie viele Influencer für abertausende Euro Packs öffnen und sich das zwölf, dreizehn, vierzehnjährige angucken, wie einer auf den Tisch springt, währenddessen er eine Ronaldo-Karte zieht und komplett ausrastet. Na, was macht denn der kleine Hans wieder mit seinem Taschengeld? Mhm, genau das gleiche. So, und diese Verantwortung möchten Influencer nicht übernehmen. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber, du hast Verantwortung. Egal, ob du das willst oder nicht, du hast sie. Und es müsste theoretisch mal einen scheiß Influencer-Führerschein geben, damit Menschen lernen, warum sie Verantwortung haben. Weil, diese Gedankengänge haben sie nicht. Sie haben nicht den Gedankengang, fuck, wenn ich Casinos streame und nur drei Familien in den Ruin treibe, haben die sich noch nie mit Glücksspielen auseinandergesetzt. Noch nie. Wenn du Menschen daran zu Bruch gehen siehst, Kinder darunter leiden siehst, Familien zerbrechen siehst, Häuser verkauft werden, Hypotheken, riesige Haufen von Schulden, würdest du moralisch für keine Millionen der Welt das machen. Ja. Für keine. Und jeder Mensch, der da draußen sagt, jeder. Ja, das sehen wir denn, wenn du mal ein 1,2 oder 2 Millionen Angebot hast. Nee, weißt du auch warum nicht? Weil ich Familien zerbrechend sehen habe daran. Und das für mich absolut Off-Limits ist für kein Geld der Welt. Weil du hast das zu verantworten. Egal ob FIFA-Packs, Pokémon-Karten, Casino-Streams, du hast die Scheiße zu verantworten. Du. Und das solltest du dir, wenn du morgens ins Spiegel guckst, solltest du dir das mal ins Gesicht sagen. Dass du die Verantwortung dafür hast. Ja. Wenn Klein-Hans irgendwann sein Taschengeld verballert. Und dann können wir alle, hi, hi, ha, ha, hu, hu, schön, ich hab zwei Mille eingestrichen. Das ist halt auch, das ist ein großes Problem der Gesellschaft. Erst ich, you do you, and I do me. Und am Ende ist mir das egal, wann nach mir kommt die Sinnflut. Und das ist überhaupt nicht nachhaltig. Und das ist auch für Content-Creator-Dasein nicht nachhaltig. Das ist einfach wirklich nur Business as usual, money grab und dann fick dich, lass die Leute doch machen, was sie wollen. Ich musste gerade über diesen Influencer-Führerschein nachdenken. Das wäre eigentlich so witzig und gut zugleich. Imagine so einen Influencer-Führerschein, dass du dir halt irgendwie so Accounts überhaupt erstellen darfst als Person des öffentlichen Lebens. Aber das wäre halt viel Kontrolle, ne? Da müsste es natürlich auch nur einen Norm geben, der man dann folgt. Ja, das kannst du nicht machen, weil dann die Individualität der Anzunehmen schlöten geht. Und Meinungsfreiheit, etc. Ja, ja, stimmt. Ja, aber das wäre wild. Also es ist wirklich super, super interessant, was du zu diesen ganzen Themen halt liest und siehst so, weißt du? Und kein Mensch möchte darüber halt aufklären und reden so. Casino-Deals, absoluter Rotz. Egal welche Uhrzeit, egal was auch immer, es gibt keine Kontrolle für erwachsene Menschen. Also du musst nicht deinen Ausweis vorlegen. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, du hast die Jugend versaut. Prima. Du hast die Menschen, die wirklich anfällig dafür sind, weil sie jung sind und dann gibt es ja durch Krankheitsbilder auch Anfälligkeit, da bist du reingedeift. Prima, herzlichen Glückwunsch. Schön, lass dir deine zwei Mille schmecken. Ja. Und wenn du das machst und abends in Ruhe schlafen kannst, hast du kein Gewissen. Hast du nicht. Du hast kein Gewissen. Du bist einfach ein abgebrühter Motherfucker, der sich Geld einsteckt. Fertig. Ja, deswegen mache ich sowas nicht. Und dann musst du es auch ziemlich nötig haben übrigens, wenn du dir das einsteckst. Ja, Geld ist schon mächtig, ne? Bitte? Geld ist schon sehr mächtig. Ja, aber die Leute, die zwei Mille angeboten kriegen, die verdienen nicht 2,50 Mark. Das stimmt. Und irgendwann, du ganz ehrlich, pass auf, jetzt mal Butter bei der Fische. Sagen wir mal einfach eine fiktive Zahl bei dir, du verdienst jetzt eine Zahl x in 5, stelle ich, im Monat. Okay? Dann kannst du mit diesem Geld eine Mille machen und das sogar nachhaltig, wo deine ganze Familie mehrere Generationen davon leben kann. Ja. Von der Mille schnelles Geld, also nimmst du schnelles Geld an, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du daraus nicht so schlau oder damit nicht so schlau handelst. Erstens, Ruf ist total für den Eimer. Du bist komplett hops genommen. Zweitens, hast du zwar schnell Cash, aber so schnell wie er da ist, würde er wahrscheinlich auch weg sein. Ja, safe. Gehe ich mal von aus. Safe. Machst du konstant dein Content und steckst dir konstant Geld ein, kannst du konstant dein nachhaltig, dein Business oder deine Person ausbauen, auf eine sinnvolle Art und Weise. Also warum zum Kuckuck, wenn du zwei Mille angeboten kriegst, verdienst du schon mehr als genug Geld im Monat. Mehr als genug. Also weit über dem Durchschnitt. Wahrscheinlich so in den 10% der Weltbevölkerung. Ja. Warum? Ich glaube, das ist diese Summe, die man auf einmal bekommt. Ich glaube, das ist das. Das ist das Verführende für die Leute, die zwei, drei, vier Millionen angeboten bekommen. Das ist halt eine absurd hohe Summe, aber diese absurd hohe Summe verdienen nun mal Content-Creator in diesem Bereich, wenn du auch deine 3K-Zuschauer durchschnittlich hast, auf die Jahre gesehen. Locker. Eben. Locker. Also warum nicht was Intelligentes damit machen? Ja. Arbeitsplätze schaffen, Firmen aufbauen, wo Leute arbeiten können, nachhaltig arbeiten. Ja. Mit deinem Cash. Naja. Gut. Hattest du noch ein Thema? Ja, ich hatte, äh, Moment, ich muss kurz einmal reinschauen. Und zwar hat, äh, okay. Ja. Äh, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Teamery Freak. Okay, ja. Hoffe ich das richtig. Korrigier mich bitte, wenn ich, äh, falsch liege. Äh, zusammenziehen als Paar. Ist für mich, äh, ein sehr gutes, äh, Thema. Ja. Weil. Warum? Ich hab da eine sehr durchwachsene Ansicht zu. Okay. Du lebst ja jetzt schon, glaub ich, das zweite Mal zusammen. Ich lebe jetzt das zweite Mal aktuell zusammen, ja. Ja, also beim, bei davor, davor war es ziemlich, äh, hm, witzig, also, das war sehr früh. Ich hab, wir haben uns kennengelernt gehabt am Tag eins. Am Tag zwei waren wir zusammen und am Tag drei sind wir zusammengezogen. Nachdem wir uns drei Tage kannten, sind wir zusammengezogen. Hat sich danach als, ja, schon ziemlich ein Fehler rausgestellt. Aber gut, eine Sache. Ja, und jetzt, äh, sind wir ja anfangs zusammengezogen. Da waren wir noch nicht zusammen. Also, das war halt auch eine andere Geschichte. Aber ja, also, ich hab dazu tatsächlich keine... Was, wie soll ich sagen? Keine... Weiß nicht, also, ich weiß nicht, also, zusammenziehen mit dem Partner als Täter, da fehlt mir so irgendwie die Frage oder so. Ich kann da nichts draus lesen. Ich finde, man sollte zusammenziehen. Ich bin Zusammenzugsmensch. Ich fühl mich wohl, wenn jemand anders noch mit da wohnt. Ich fühl mich wohl, wenn ich nicht alleine bin. Ja. Das, das bin ich. Okay. Ja. Okay. Auf geht's. Attacke. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Also. Ja. Hier gibt es nach meiner Wahrnehmung sehr viele Probleme. Folgende. Du kannst nach, hab ich auch gemacht, nach einem Monat zusammenziehen. Ja. Und ganz schnell feststellen, dass das gemeinsame Leben gar nicht funktioniert. Du kannst dich als Partner lieben, aber zusammenleben nicht, funktioniert nicht. Aus folgenden Gründen. Beispielsweise, Dizzy ist permanent zu Hause. Ja. Das heißt also, wenn bei mir jemand als Partner in mein Leben treten würde, hätte der nie seine Zeit für sich. Weil es wird immer geredet den ganzen Tag und es ist immer eine Grundlautstärke in der Wohnung. Okay. Das heißt also, dass der Partner, also in meinem Fall Partnerin beispielsweise, sich vielleicht denkt, dass sie damit umgehen kann. In den größten Teilen können die Leute damit nicht umgehen. Außer du hast eine große Wohnung. Auch dann nicht. Du hast immer Grundgeräusche. Immer. Ja, cool. Bei mir beispielsweise geht's nicht, weil ich Katzen habe. Meine Türen sind alle offen. Das geht nicht. Weil das ist für die Tiere, funktioniert das nicht, wenn du deren Reich abschließt. Das geht nicht. Ich zum Beispiel, wenn Toro Soundcheck macht, ich würde wahnsinnig werden, wenn der jeden Tag 45 Minuten Soundcheck macht. Ich könnte das nicht. Würde ich wahnsinnig werden. Ja gut, aber dann mache ich halt einfach seine Tür zu, mache die Flurtür zu und bin dann halt entweder hier in dem Zimmer, habe meine Kopfhörer auf oder bin halt im Wohnzimmer. Dann höre ich es nicht mehr. Für mich ist es am Ende, ja genau, für mich ist es am Ende nicht schwierig. jetzt stell dir mal jemanden vor, der damit nichts zu tun hat. So, und du ziehst mit dem zusammen. Was viele auch an der Stelle ganz, ganz oft vergessen ist, was ist mit dem Hausrat? Einer wird sein Hausrat aufgeben. Einer gibt sein komplettes Leben auf. Das stimmt, ja. Also einer wird sein Leben aufgeben. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die Menschen in ihren jungen Jahren vergessen. Sie geben ihr Leben auf. Weiß ich, deine Couch, was auch immer du dir alles gekauft hast. Ich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem zusammenziehe, habe hundertprozentig eine Garage, wo mein Shit drinsteht. Hundertprozentig. It's not gonna happen, dass mein ganzer Scheiß verschwindet. Also man kann sich, man kann sich darauf einigen. Man kann Kompromisse finden. Wenn für mich zum Beispiel das so kommen würde, ich möchte mit dir zusammenziehen, aber ich werde von meinem Scheiß nichts abgeben, dann ist für mich schon absolute Red Flag. Absolute Red Flag. Würde gar nicht passieren. Wenn man sich darauf einigt, ey, hier vielleicht brauchen wir eine neue Couch. Deine Couch ist zum Beispiel jetzt nicht so geil. Wenn ich wüsste, ich habe eine geile Couch, dann nehme ich meine Couch mit. Ja, richtig. Aber was machst du jetzt am Ende, wenn du dann dein Shit alles aufgegeben hast? Und dann musst du, das Ding ist ja, das ist auch so ein Witz an der Sache, du solltest dich auch mal darauf seelisch und moralisch darauf einstellen, was dann irgendwann ist, wenn es nicht mehr so ist. Ja, das stimmt. Wie geht dein Daily Leben aus zusammen? Was macht ihr? Aber im Normalfall ziehst du ja auch mit einer Person zusammen, wo du weißt, das funktioniert eigentlich. Nein. Eigentlich im Normalfall. Nein, kannst du gar nicht. Jen, das kannst du gar nicht, weil sobald jemand zu dir kommt und nur bei dir zu Besuch ist und du sagst, das ist so deine Woche testen, ist das nicht dein Daily Life. Das ist nicht dein Daily Life. Dein Daily Life ist, du gehst zur Arbeit, du willst nach Hause kommen und du hast einfach die Fresse dick, wenn du in die Tür kommst und dann hast du die Hackfresse zu Hause, auf die du vielleicht gerade just in dem Moment keinen Bock hast. Ja. Darüber machen Menschen sich keine Gedanken. Sie ziehen zusammen. Was gut ist, ey, zieh zusammen. Ich bin auch nach einem Monat mit jemandem zusammengezogen. Aber für mich, nach zwei Beziehungen und zusammenwohnen, sag ich dir, du darfst gerne auf den Kilometer ranziehen, dass wir beide hier tippitappi rübergehen können, aber du wirst nicht in diese Wohnung kommen. It's not gonna happen. Und das mach ich nicht, weil ich das nicht will, sondern weil ich dir ganz klipp und klar sage, dass das hier drinnen, in der Wohnung, wird dich umbringen. Das wird nicht geil für dich. Okay, aber wie wäre es denn, wenn man sagt, ja, wir wagen beide einen Neustart, wir suchen uns beide jetzt vielleicht eine Wohnung mit einem Raum mehr und vermischen unsere Möbel. Ja, kannst du ja machen. Also das heißt ja nicht, dass das nicht funktioniert. Das will ich damit ja gar nicht sagen. Aber man sollte trotzdem, also dennoch sollte man sich miteinander unterhalten über die Dinge. Also was ist zum Beispiel, was machst du, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst? Wie lange brauchst du für dich Ruhe? Was bedeutet das für dich, mit mir zusammenzuleben? Wie machst du dein Essen? Weil das Ding ist, sobald eine Person sich aufgibt, wird das scheiße. Weil sobald du dich anfängst aufzugeben und da drinnen verlierst, bist du nicht mehr der Mensch, der du eigentlich bist. Und dann wird es irgendwann, kommst du zu einem Punkt, wo du sagst so, nee, ich glaube hier drinnen bin ich nicht so glücklich. Und das sind alles Eventualitäten, wo wichtige Fragen nicht gestellt werden, weil, ey, chemischer Cocktail, geil, der Piephahn steht, let's go, ich kann jeden Tag ficken. Ja, nee, scheiße, ist ja eigentlich doch nicht so geil. Weil Zusammenleben bedeutet halt nicht, dass du den ganzen Tag miteinander im Bett liegst und in jeder Ecke deiner Wohnung ficken kannst. Zusammenleben bedeutet, Kompromisse eingehen, Abstriche machen, aber auch ein paar Vorteile zu haben. Absolut, das stimmt. Trotzdem sollte man vorher wichtige Dialoge führen und auch wichtige Fragen stellen. Das auf jeden Fall. Habe ich am eigenen Leib erlebt? ab schon durch. Und deswegen bist du aber der Meinung, dass du jetzt nicht mehr mit jemandem zusammenziehen willst? In meiner Wohnung wird kein Mensch leben. Ah! Also, bis ich hier raus bin und ein Haus habe, wo eine Etage, wirklich komplett, eine ganze Etage nur für mich ist, werde ich mit keinem zusammenleben. In meiner Wohnung hat niemand was zu suchen und das mache ich nicht, weil ich nicht mit jemandem zusammen wohnen möchte, sondern weil ich denjenigen davor schützen möchte, weil ich nämlich genau weiß mittlerweile, wie sich das anfühlt, hier zu wohnen. Hm. Es gibt für mich, für mich ist das halt, ich habe das zum Beispiel gemerkt, als meine Mutter mich besucht hat, für mich ist um halb acht aufstehen, Sport machen gehen, duschen gehen, essen, ist für mich Pflicht. Da gibt es keine Diskussion. Da kannst du nackig in meinem Bett liegen, da wird nicht dran rumgerüttelt. Wenn ich sauber machen will, mache ich sauber. Wenn du keinen Bock hast, dass ich Staubsauge, ist mir das egal, ich sauge Staub. Weil das ist mein Ding so, das ist mein Leben, das ist meine Person und das ist für mich wichtig. Und das heißt nicht, dass man keine Kompromisse eingeht, sondern der Kompromiss ist zu sagen, hey, ich möchte super gerne mit dir zusammen sein und ich möchte gerne mit dir mein Leben bestreiten. Ich glaube aber nicht, dass wenn du in mein Revier reinkommst, dass das gut funktioniert. Das passt ja auch, wenn du dazu den passenden Gegenpartner hast. Also gerade, es ist ja dann Luxus für dich, wenn du halt jemanden hast, der das halt genauso sieht. Aber das ist ja auch das Lustige, dass es ja, es gibt ja, die Beziehungen sind ja alle so unterschiedlich. Natürlich. Ja, wenn du halt für dich sagst, so für dich ist das, muss das so sein und das so sein und man ist halt nicht so der Schatten vom Anderen immer, krebt aneinander und macht und dies, das und du willst trotzdem noch dein eigenes Teil, dann ist das ja vollfallen. Gerade wenn es halt der Andere auch so sieht, dann ist das ja perfekt. Aber deswegen, ich finde das halt so lustig, wenn du das erzählst, ich finde es halt super interessant, weil ich finde das krass, wie viele Pärchen das halt so auf ihre Art und Weise durchs Leben meistern tatsächlich. Bei dir ist halt so dieses, ja, man ist halt zusammen, ist schön, aber man hat trotzdem noch da so viel Zeit, also bei dir würde ich sehen, das ist viel Zeit für dich selbst, ne? Es ist mein Job, braucht Zeit für sich selbst. Ja, ja, genau. Also, ich sag mal so, normaler Tagesablauf wäre aufstehen, Sport machen gehen, Frühstück machen, für beide, gemeinsam frühstücken und dann kannst du so in deinen Tag reagieren. Also, du kriegst schon genug Zeit ab. Ja. Nur aufgrund der Tatsache, dass ich persönlich so lange alleine gelebt habe und auch Frauen in meinem Leben hatte, weiß ich, was bei den Frauen nicht gut war. Ja. Und wenn du nur ein einziges Mal an meine Tür kommst und mir sagst, ich soll leise sein, dann bist du aus meiner Wohnung raus. Das ist mein Job, das ist mein Dasein, das bin ich. Genau, und in dem Moment, wo du eine Freundin einziehen lässt, ist es aber nicht mehr deine Wohnung. Das ist eure Wohnung. Nee, nee, das ist für mich kein Problem. Also, ich teile gerne. Ja. Das ist nicht das Problem. Ich bin mit einer Frau zusammengezogen, die wusste, dass ich Content Creator bin, die wusste, dass ich Katzen habe. Irgendwann nach ein paar Wochen hat sie gestört, dass ich laut bin. In meinem Büro. Ja. So, wo ich mir dann denke, excuse me, Officer. Ja. Und das sind so Dinge, da fängst du dann nämlich an, dass du dich nicht mehr magst. Und damit zerstörst du deine Beziehung. Ja. So, du kannst jemanden mögen, nur das hier ist was anderes als Dizzy ohne das da. Ja. Weil draußen, wenn ich mit dir ruhig bin und mit dir in Ruhe rede ich oder nicht laut bin, dann ist das ein ganz anderer Jam. Mhm. So. Aber stell dir halt vor, du kommst nach Hause und hast immer Grundgeräusche. Für dich ist das normal, weil ihr beide dasselbe macht. Ja. So, jetzt hol mal jemanden aus einem normalen Leben hier rein, der zeigt den Vogel. Ja. Der zeigt den Vogel. Ja, genau, deswegen sag ich ja, das ist halt super interessant. das muss halt bei beiden funktionieren. Wie du sagst, also bei uns ist wirklich, bei uns ist es mal laut. Wenn er nicht streamt, hört er mich. Wenn ich nicht streame, höre ich ihn. Es ist immer irgendjemand am Reden. Äh, nicht immer, aber wir haben natürlich auch unsere ruhigen Zeit, aber, aber es ist halt so, man hat sich halt so dran gewöhnt. Und wenn es halt mal gerade nicht passt, dann mache ich halt, wir haben viele Türen in den Räumen, Tür zu und dann stört mich das auch nicht mehr. Man muss sich halt darauf einlassen können und damit leben können. Das muss eigentlich aber auch vorher klar sein. Die Türen sind für mich indiskutabel wegen den Katzen. Ja, das ist ja okay. Es gibt Dinge, die sind indiskutabel. Ja. Und die Katzen, also die Boys, die haben halt sowieso schon mal ein höheres Anrecht. Ja. Das ist wie, wenn du Kinder hast, deine Kinder sind immer Nummer eins. Ja. Immer. Da kommt keiner hin, das mit Katzen genau das selbe. Es können natürlich wieder die Leute Crazy Katzenboy sagen oder so, aber das sind meine Kinder und meine Kinder sind immer Nummer eins. Das ist genauso wie mit Zusammenziehen, das Katzenhaler G, ist nicht mein Bier als Pech gehabt. Dann ist es halt, denn entweder machst du eine Desensibilisierung oder das wird nichts. Weil die kommen nicht weg, wenn sie knicken. Ja. Das sind halt Gespräche, so beim Zusammenziehen. Ey, unterhaltet euch so. Kommunikation ist halt echt King. Unterhaltet euch über Tagesabläufe. Also wenn es denn in die Phase kommt, wo die Verliebtheit sich, wo die Verliebtheit sich ein bisschen abschwappt so und halt nicht mehr ganz so viel Dopamin und chemischer Cocktail ist. Da trennen sich übrigens die meisten Pärchen. Da trennen sich die meisten Pärchen, ja. Weil sie denken, sie lieben sich nicht mehr. Weil das jetzt weggeht. Am geilsten ist sowieso, wenn man sich kennenlernt und nicht verliebt ist über beide Ohren. Ist am besten. Das ist sehr, du kannst sehr rational denken. Ja, weil du dann nämlich... ist es rational, es fühlt sich, ich sag mal, erwachsen an. Ja. Ja. Verliebtheit ist meistens einfach nur nicht so gut. Das ist einfach nur Hormone des Todes. Hormone und Illusionen und Deine ganzen Entscheidungen sind einfach irrational. Alles. Ja. Deswegen mag ich verliebt sein auch nicht. Hm. Na ja, ich finde, es gibt, verliebt sein gibt es halt zu einem angemessenen, angenehmen Maß. Rahmen, ja. Ja. Na klar, also wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt, dann ja, klar. Ja. Genau. Ja. Das war ja eine ganz wilde Folge heute. Nee, nee, ich hab noch was. Oh. Ah ja, stimmt. Ich hab was von meiner Bucketlist abgestrichen. Okay, let's go. Ich darf's auch erzählen. Ich hab schon gefragt. Du hast endlich das erste Mal BDSM-Sex gehabt? Nee. Ich hab das erste Mal in meinem Leben eine Frau geküsst. Hast du's jetzt probiert, ja? Ich hab's probiert. War witzig. Ja, wirklich witzig. Wir waren, wir waren nämlich, wir waren letztens trinken, wir waren in einer lustigen Runde äh, mit so Bram und, und Paul von, von den Freunden. Toro war dabei, Lara war dabei, Fischi war dabei. Es war ein paar, auch ein paar Leute kennengelernt, war super witzig. Wir haben auch, wir haben da so, das war irgendwann nachts, keine Ahnung, wir haben über so LGBTQIA plus gesprochen, die Stars, und, ähm, dann hab ich halt gesagt, keine Ahnung, ich hab noch nie ne Frau geküsst und alle gucken mich halt an. Und ich so, ja, habt ihr denn? Und alle schon, ja, klar, ja, das probiert man mal. Und ich so, hab ich nicht. Und dann meinte Paul so, okay, was muss ich machen, dass du jetzt hier ne Frau küsst? Und da waren halt Mädels da und unter anderem halt auch Lara. Und ich so, keine Ahnung, ich mach hier mit, mit Toro rum. Und dann hat er so ein Toro am Handy und dann Paul kommt. Und dann hat er erst mal Paul mit, mit dem Toro. Und ich mein, war das jetzt, war das? Ja, war bärtig, okay. Und Lara guckt mich schon so an und ich so, ja, komm her, ja, komm. Und dann hatte ich meinen, meinen ersten weiblichen Kuss mit Lara. Also richtig volles Programm oder so so ein bisschen? Volles Programm. Volles Programm mit Zunge. War gut? War, war, hey, wirklich, also das ist, ich kann, das ist so ein immenser Unterschied, wenn du einen Mann küsst und wenn du eine Frau küsst. Das ist so viel, viel weicher. so weich und, 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 gefühlvoller. Ja, 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 so sanfter auch. Das ist krass. So sanfter. Das ist krass. Ich will auch schon erzählen, also. Ja, das war, war, war cool. Bin ich sehr froh, bin ich sehr froh, dass ich die Erfahrung machen durfte. Danke, Lara. Wild. Ja, ich hab meine Bucketlist. Ja, dann kommt ja, dann kommt ja jetzt bestimmt demnächst noch andere wilde Bucketliste und Sachen dazu. Also auf meiner Liste steht noch, ich würde gern dieses oder nächstes Jahr tatsächlich Fallschirm springen. Ah ja. Schön. Hab ich gekleckert. Schön, Jen. Freut mich. Bin stolz auf dich. Ja, ich auch. Schön. Und ich gehe jetzt gleich zum Sport mit Toru. Uh. Ich gehe jetzt gleich erstmal wischen und dann gehe ich auch zum Sport. Erstmal wischen. Ey. Ist einfach geil. Ist geil, ja. Ist geil. Eine schöne, aufgeräumte Wohnung. Ist geil. Geil. Ist so. Einfach alles schön geleckt, schön sauber. Wenn du dein Essen runterfällst, kannst du das aufheben und in den Mund stecken. Ja, das machen meine Katze. Oder so. Na ja, klar. Was ist da los? Die haben ja auch Hunger. Die kriegen ja sonst nichts. Stimmt. Arme Katzen. Ja. Der geht so schlecht. Wirklich. Ja. Schön. Ja, jetzt war es durch. Ja, das war eine sehr tolle Folge. Wir hatten echt viele Themen. Ist durchgeflogen. Heute war wirklich durchgeflogen. Ich finde das auch immer schön, dass so unsere inneren Uhren so bei einer Stunde anfangen. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja, ja. Ich finde mal so zwischen, also eine Stunde immer mindestens. Ja. Ich denke, so bis eine Stunde 30 ist okay. Ja. Aber so unsere innere Uhr, die ist ja. Voll. Die ist schon so gepolt. Gepolt, ja. Ja. Nice. Abgefahren, ey. Ja, cool. Das muss mein Mikrofon heute auf jeden Fall nochmal fixen. Das rutscht die ganze Zeit runter. Ja, ich sehe schon. Ja, das nervt voll. Das muss ich jetzt nachher gleich nochmal machen. Mach das mal. Ja. Alrighty. Damit das in der nächsten Folge nicht passiert. Meine Damen und Herren, möchtest du abmoderieren? Nein, das ist auf deinem Kanal. Abwohl, nee, es ist ja Podcast auch. Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön fürs Anhören. Das war heute das letzte Mal, dass es 18 Uhr rausgekommen ist. Sagt das nicht. Dann sind heute wieder keine Puppen. Ja, vielleicht das letzte Mal. Nee, sag das nicht. Es war heute 18 Uhr. Entschuldigt bitte, dass wir das heute um 18 Uhr machen mussten. Unser Busy Influencer Live hat da mal ein bisschen reingespielt. wir haben ein bisschen verplant. Weil Jen musste Sonntag in der Nacht, nee, von Samstag auf Sonntag in der Nacht eine Frau küssen. Das war, ja. Ist eine super Entschuldigung. Dafür kommt die Folge heute ein bisschen später. Das ist, ja, das war eine Entschuldigung. Schön. Ja. Bewerten nicht vergessen. Übrigens, Props an die Leute, die wirklich Bewertungen machen und das in die Insta-Story posten und uns verlinken. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Und Dankeschön für die ganze konstruktive Kritik und die ganzen Rückmeldungen auch immer, was Fragen angeht und Themen und so. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr nice. Dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder bei Generation Z am Montag. Schöne Woche. Schöne Woche, Freunde der Sonne. Ich habe euch lieb. Bis dann. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020